Bist du bereit? Ja, packen wir es. Sowieso. Boah, ich habe gerade gesehen, wie es den zerpreselt hat. Er war ein gescheites schnell unterwegs. Gott sei Dank hat er einen Helm angehabt. Hoffentlich hat er einen Rückenprotektor auch noch gehabt. Jetzt hat er gescheit gereizt. Schau an der Nächste. In nächster Zeit kugeln die Leute viel mehr rum, da kommt man langsam vor. Also ich finde, dass der Rückenprotektor eine super Sache ist. Er behindert ihn nicht beim Skifahren. Er bewegt sich hier mit und man ist zugleich geschützt. Also ich versuche, dass meine Kinder Skifahren mit dem lernen und dass sie das später immer noch tragen. Manfred Pranger und Andi Kapfinger tragen Schutzbekleidung. Ein Rückenprotektor gehört dazu. Begleitet Manni und Andi durch die Olympiasaison. Jetzt auf Facebook.